Hallihallo, moin moin, herzlich willkommen hier ist Sanfinkoll. Ich darf Sie begrüßen zu einem weiteren Unboxing. Ich habe hier heute für euch die neue AvaMedia Live Gamer Port Table 2 Plus wohlbemerkt. Das heißt Plus. Das Plus ist hier im 4K Bereich. Das erkläre ich gleich noch etwas näher. Aber ich würde sagen wir packen das erste Mal aus das Gerät und dann schauen wir uns erst mal kurz etwas genauer an. Ich dachte irgendwie es ist größer. Es kommt ein größerer Kattung, weil auf den Bildern wirkt das Gerät hier, dieser Barren, wirkt irgendwie wesentlich größer. Aber ist es nicht. Okay, ich würde sagen, ich entferne mal die Folie hier fix. Mal schauen, ob alles im Bild ist. Noch ist alles im Bild. Vielleicht muss ich die Kamera ein bisschen höher stellen, dass das alles besser im Bild ist. Probier ich mal gleich in diesem Moment. Aber ich weiß nicht, ob ich es hinkriege so einfach. Doch. Perfekt. So ungefähr. So müsste es gehen. So meine Freunde. Also ich werde das Ganze jetzt mal hier rausnehmen. AvaMedia Live Gamer Port Table 2. Und da ist das kleine Ding hier. Wow. Das ist wirklich sehr sehr klein. Ich nehme das auch mal raus hier. Das ist alles richtig klein eigentlich. Schauen wir uns gleich an. Erstmal schauen wir noch mal fix im Karton, was denn da noch drin ist alles. Einmal gibt es hier noch mal einen Quick Start Guide in verschiedenen Sprachen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich vermute mal ja. Man kann es erkennen so ein bisschen. Also in verschiedenen Sprachen ist da mit dabei. Dann ist mit dabei ein USB Kabel, wenn ich das richtig gesehen habe. Und zwar ein Micro USB auf normalem USB Kabel. Desweiteren ist noch mit dabei ein Opala. Ein Audio Kabel. Mail Mail. Und zwar ist das aber ein vierpoliges Audio Kabel und kein dreipoliges. So und als nächstes noch ein kurzes HDMI Kabel von einer Länge von 50 cm. Von einer Länge von 50 cm. Hört sich komisch an. Ist aber so. Das ist auch noch mit im Karton. Dann ist der Karton leer. Mehr ist da nicht mit drin. Ich packe das alles nochmal fix ein. Und dann werden wir uns mal kurz diese Karte zuwenden. So bevor ich aber zu dem Gerät komme, muss ich erstmal ein bisschen Ordnung schaffen. Ich muss den Tisch ein bisschen freiräumen. Denn er ist relativ klein. Da habe ich nicht so viel Platz darauf. Und auch den Träger mache ich weg von der Karte. Und da haben wir ein bisschen mehr Platz auf dem Tisch. Wenn es euch aufgefallen ist, das Licht ist auch ein bisschen anders. Die Wolken haben sich etwas verzogen. Die Sonne ist etwas rausgekommen. Ab und zu kommt wieder eine Wolke. Aber ich arbeite da lieber mit einem natürlichen Licht als mit einem künstlichen Licht. Das sah ein bisschen komisch aus. Ja, ich weiß, das war bloß eine Lampe. Und das war eher keine Lampe, sondern ein Zeichenbrett. So. Zur Karte, meine Freunde. Also, was wir hier sehen, ist ein ganz groß, ein 4K-Symbol in glänzenden Lettern. Das bedeutet aber nicht, dass ihr in 4K aufnehmen könnt. Lasst euch da bitte nicht täuschen. Sondern, was ihr damit machen könnt, ist, ihr könnt ein 4K durchschleifen. Das heißt, wenn ihr ein 4K-fähiges Gerät habt, wie zum Beispiel eine Playstation 4 Pro und einen 4K-Monitor oder Fernseher, dann könnt ihr auch in 4K wie gewohnt zocken. Das bedeutet 4K Pass-Through. Also ihr könnt nicht aufnehmen. Das wäre auch zu schön gewesen für diesen Preis, dass man in 4K da aufzeichnen kann. Nur das Signal durchschleifen in Anführungszeichen aufnehmen könnt ihr in maximal Full-HD und 60FPS. Das ist natürlich möglich. Also Full-HD, 60FPS ist die Maximum-Aufnahmequalität. Hier vorne gibt es zwei 3,5mm Klinkenanschlüsse. Einmal für den Controller und einmal für ein Headset. Das kann man hier anschließen. Passend dazu gibt es hier einen Lautstärkenregler und in der Mitte ist da noch eine kleine blaue LED verbaut. Die leuchtet natürlich jetzt nicht, weil das Ding ja nicht angeschlossen ist. Daneben gibt es einen Schiebeschalter. Einmal mit drei Stufen. Einmal hier der PC-Modus. Stellt man den Schalter auf die Mitte, dann hat man den PC-Free-Modus aktiviert. Und noch eine richtig coole Sache. Also Features bietet das Ding richtig tolle. Zum Beispiel hier, die dritte Stufe, ist dann der Card-Reader aktiviert. Das ist eine coole Sache, finde ich. Das ist echt eine coole Sache. Und meines Wissens nach bietet solche Feature wie der PC-Free-Modus oder diesen Card-Reader keine andere Karte. Nicht mal die allseits beliebte Elgato. Wobei, ich habe ja schon zwei Elgados gehabt und ich war mit den Geräten nicht zufrieden. Und auch mit der Software war ich nicht ganz zufrieden. Das war mir ein bisschen alles zu... Ja, es bietet einfach zu wenig. Das ist eine Karte und das war es dann auch. Hier wird richtig viel geboten. Man bekommt richtig viel für sein Geld. Und ab und an gibt es das auch richtig günstig zu schnappen. Normales kostet die Karte 199 Euro. Aber, wenn ihr dann eine Stunde wartet oder so, nicht gleich zuschlagen, sondern der Preis, der schwankt fast stündlich von 199. Ein paar Stunden später kostet das Ding wieder 149. Ein paar Stunden später kostet das wieder 199. Dann wieder 149. So geht das die ganze Zeit hin und her. Also abwarten und bei 149 könnt ihr bedenkenlos zugreifen. Die Haptik ist wirklich sehr, sehr gut. Es ist komplett aus Kunststoff. Aber es fühlt sich gut an. Es fühlt sich wertig an. Die Verarbeitung ist gut. Da gibt es nichts zu meckern. Da knarzt nicht die Knöpferbienen. Ein gutes Feedback. Die sitzen richtig gut. Da gibt es nichts zu meckern. Auf der Oberseite gibt es dann noch ein großer Druckknopf. Mit diesem hier kann man die Aufnahme starten, wenn man denn im PC-Free-Modus ist. Oder man kann zum Beispiel auch die Software starten durch einmal Druck. Wenn man im PC-Modus ist, dann startet die Software. Drückt man zweimal drauf. Dann startet direkt die Aufnahme und hält man diese Taste gedrückt. Dann schließt sich die Software einfach wieder automatisch. Das funktioniert richtig gut. Und im PC-Free-Modus ist das natürlich sehr hilfreich, wenn man dann die Aufnahme da starten kann. Oder eben wieder stoppen kann. Auf der Seite gibt es hier sonst nichts weiter. Auf der Rückseite gibt es noch ein paar Einstellungen. Der Tisch quietscht ein bisschen. Ich stütze mich da gerade auf. Auf der Rückseite gibt es noch ein paar Anschlüsse. Also einmal der HDMI in, HDMI out und ein Micro-USB-Port für die Verbindung zum PC oder für die Stromversorgung. Ohne Strom läuft es natürlich nicht. Was mich hier wirklich stört und was ich mich ein bisschen geärgert habe, das ist das neueste Aufnahmegerät von den portablen Geräten. Die 2LGP 2 Plus. Und was verbaut man noch immer? Ein Micro-USB anstatt einen USB-C Anschluss. Hier muss man immer noch friemlich links, rechts, oben, unten und gucken. Mensch, bis das Ding endlich mal reinpasst, dann hat man es auf der richtigen Stelle und dann steckt man es rein und passt es trotzdem irgendwie nicht. Dann dreht man es rum, dann ist es doch falsch, dann dreht man es wieder rum. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere dieses Problem bei diesen Micro-USB-Anschlüssen. Das ärgert mich immer ein bisschen, wenn man nicht genau hinguckt. Daneben gibt es dann noch einen Micro-SD-Karten-Slot. Das ist eine coole Sache. Bei dem älteren Modell, bei dem LGP, war es noch eine normale SD-Karte. Hier ist jetzt eine Micro-SD-Karte. Ich habe hier schon eine drin, eine 64-Gig-Karte. Was ihr beachten müsst, es sollte eine Klasse-10-Karte, also eine relativ schnelle Karte sein. Sonst könnt ihr nicht anständig aufnehmen, dann hakelt und ruckelt die Aufnahme. Aber das Gerät wird es glaube ich auch anzeigen, wenn ich mich nicht irre, wenn die Karte zu schlecht ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall eine Klasse-10 Micro-SD-Karte gehört hier rein. Die Größe bleibt euch überlassen. Ich habe hier eine 64 GB von Samsung drin. Auf den Seiten gibt es sonst nichts weiter zu erkennen. Hier unten gibt es noch ein paar Gummifüße. Das ist auch ganz gut. Das steht dann relativ rutschfest. Das ist echt eine coole Sache. So eine wichtige Sache, die habe ich noch vergessen zu erwähnen. Wenn ihr die Karte natürlich benutzen wollt, braucht ihr natürlich auch die Software dazu. Die könnt ihr euch bei der Herstellerseite von Avamedia herunterladen. Einmal müsst ihr euch die Treiber herunterladen. Dann checkt mal die Firmware. Da gibt es auch eine Anleitung, wie man die Firmware aktualisiert. Und zum dritten könnt ihr auch noch eine Gebrauchsanweisung herunterladen. Und natürlich die Betriebssoftware, die Rec Central 4 nennt sich das Ding. Das ist dann die Betriebssoftware, mit der ihr dann die Aufnahmen starten könnt im PC-Modus. Mit dem ihr Stream starten könnt und so weiter. Diverse Einstellungen vornehmen könnt an der Karte. Das müsst ihr euch natürlich herunterladen, um dann die Karte effektiv bedienen und betreiben zu können. Mehr kann man zu der Karte nicht sagen. Das war es aber auch schon. Wenn ihr also noch Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare reinschreiben. Oder ihr wartet besser nicht, weil ich nicht genau weiß, ob ich noch eine Rezension dazu mache oder nicht. Weil ich habe jetzt alles schon gesagt. Die Verarbeitung, alles passt. Also ich kann diese Karte bedenkenlos empfehlen. Und wirklich solche Features, die diese Karte bietet. Und ich darf erwähnen, ich habe die Karte richtig regulär gekauft. Ich bekomme die nicht umsonst. Ich habe die gekauft. Ich habe richtig Geld dafür bezahlt. Nämlich 149 Euro habe ich bezahlt dafür. Ja, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Fragen bitte wie immer gerne in die Kommentare. Ich versuche sie dann zu beantworten. Bis dahin. Wir sehen uns wieder entweder im Livestream auf Twitch.tv samstags ab 22 Uhr. Oder eben zu einem meiner Videos auf YouTube. Ganz klar. Tschaui. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Hier war euer Sandvikol mit der Live Gamer Portable Plus 2. Ne, Live Gamer Portable 2 Plus. Das Plus ist wichtig. Wegen 4K-Fast- siu. So. Tschaui. Ciao. 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 Ciao.